Leute, ich habe was bekommen von Otto. Leute, ich weiß nicht, was das sein soll, aber da steht Horizon Forbidden West. Blendet das irgendwie oder geht das? Nö. Das ist so aufregend, was ist da drin? Leute, ich bin auch so aufgeregt. Das hört sich an. Wie das Spiel eigentlich. Nein, das kann nicht das Spiel jetzt sein. Vier Wochen vorher. Nein, was ist es? Gut, vielleicht ein Geschenk von denen. Nein. Achtung. Hast du? Ja, ich habe es auch. Hä? Was ist das? Das ist ein Pin. Oh mein Gott. Ist das geil. Oh mein Gott. Und das? Das ist eine Karte einfach. Das ist eine Karte, ja. Das ist so einfach so was zum Freuen vorab. Otto, ist der Wahnsinn. Von Amazon habe ich nichts bekommen. Jetzt geht es nicht auf. Geht raus. Oh mein Gott. Oha. Sieht man das gut? Ja, ich sehe es. Ja, das ist... Wow, was für eine Vorfreude. Und ein Pin. Gut, das gehört zu dieser Box dazu. Zu dieser Collectors Edition. Das ist ja mal eine Überraschung heute, Leute. Am Samstag. Ich glaube, wie viele Tage sind es noch? 34 Tage, oder? Voll schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dad. Ja.